rückmatch im halbfinale ganz falsch mehr falsch geht nicht egal ob turin oder madrid hauptsache italien egal ob mailand oder madrid hauptsache italien ich weiß nicht wer den spruch gemacht hat aber fußballer war das oder trainer das spielt dort wo ihm der pfleger hinbringt ihr vier spielt jetzt drei gegen drei so lange dann ist hier rückspiel angesagt tirol mit ein bisschen besser in ausgangslage paris allerdings mit den auswärts treffen nein jetzt hat er selbst so kurz was er gemacht hat ja uah 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 Ja, das war schon mal die erste gute Chance für Tivo. Ah, das wollte ich gar nicht so. Nein, hat er jetzt nicht gemacht. Der Andi Möller hat das gesagt. Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Nicht jetzt, bitte, Daniela. Führungsdauer von Filippo East. Michtig gespielt. Bicke, Bicke, Kieper. Moaning aus, Kieper, Mbappe. Oh ja da. Oh, Gott sei Dank. Ist der Park? Nein. Gott sei Dank. Schön glücklich. Boah. Boah, das war die Kurze. Schau. Ey, das war's. Das war die Kurze. Das ist kalt. Nein. Da geht's zu, Alter. Bei den Pariser. Da musst du rausgehen. Boah. Hat's gerade. Oh. Bei allem vorbei, aber. Oh. Oh, richtig. Oh. Oh, richtig. Oh. Oh. Oh, jetzt hat er sich nach vorne geschoben. Oh. 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 nicht. Ist das eine Seite mit Fußballsprüchen? So. Halbzeit Nummer 2. Bislang hat Paris dieses Spiel sehr, sehr stark daheim im Griff. Oh, oh, oh. Gott sei Dank einmal weg. Nein. 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 Er hat 60 Minuten Ball gespielt. Stark. Oh. Nein! Oh, shit. Ja, eine Routekarte, die Minute 65. Wie kann das noch entscheidend sein? Die Routekarte ist unser Zugzwang. 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 Das ist unser Zugzwang. Die Routekarte ist unser Zugzwang. Die Routekarte ist unser Zugzwang. Die Routekarte ist unser Zugzwang. Die Jury macht knappe. Die Routekarte ist unser Zugzwang. 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 Also Tirol ist unser Zugzwang. Ah ja, genau. Ja, somit ist Boris in der Fähne. Der Heinz ist durchgesetzt gegen die Tür um. 2, 1, somit ist der erste Fähne nicht entschieden. So, over. Untertitelung. BR 2018